Sie haben es gewagt, dass Sie sagen, wir bauen hier in Eberbach mal ein Winterdorf auf. Nach Weihnachten, in dieser Zeit nach der Jahreswende, nach dem Weihnachtsfest. Und das ist schon für uns auch was Besonderes. Wir danken Ihnen, dass Sie dieses Wagnis mit uns eingehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017